2 0 0 7 4 das sind zu viele zahlen 2 4 5 8 2 4 5 8 2 4 5 8 äh kannst du bitte nach oben 2 4 5 8 2 4 5 8 2 4 5 8 2 4 5 8 ok ich muss kurz was aufschreiben hier habe ich einen zettel der ist aber schon beschriftet hier habe ich warte dann schreibe ich es auf warte ok 5 4 was kann ich hier 3 5 4 0 3 kann das sein hier 5 4 ah ok 9 3 die uhr geht auch richtig das bild kann man nicht abwerfen übersetzung ok ich werde mir jetzt trotzdem noch mal was aufschreiben was man besser lesen kann als auf warte oh habe ich kurz an der maus so 2 4 5 8 e d o c hm stelle ich mir mal hier in die tastatur so rein ok ok 2 7 0 gibt es nicht hier können wir auch nichts runterwerfen soweit ich das gesehen habe ne na gut ok 6 Okay. Übersetzen Residenz-Landschlosser-Nekro-Korb Okay, wir gehen zuerst hier lang. Weil ich glaube, das könnte interessant sein. Ich kann mich hier unter den Fahrzeugen lang. Hallo? Tut mir leid, Kleines. Du kannst hier nicht spielen. Die Nekro-Korb-Fabrik ist kein Ort für kleine Wuschel wie dich. Der Zugang ist gesperrt, aber nur für kurze Zeit, wenn du ein paar Jahre warten kannst. Machen wir gleich wieder auf. Hahaha.